Ja und herzlich willkommen hier auf HäusensTV. Heute zeige ich einen etwas anderen Video. Heute mache ich meinen Tube Hamburg Adventskalender mit und heute bastel ich mit euch ein bisschen. Ist ein etwas anderes Video und ihr könnt auch in diesem Video was gewinnen. Das erzähle ich euch aber während das Video läuft. Ja und heute wird es ein kleines Bastelvideo. Hier seht ihr schon einen schönen kleinen Teekasten, der sehr weiß am Rand ist und gar nichts gemacht ist. Und heute würde ich mit euch den basteln. Als erstes würde ich sagen malen wir den einfach mal an. Dafür habe ich mir einfach mal ganz normale Wildschrifte genommen, die ich dafür zum Bemalen nehme. Da müssen wir ein bisschen drauf achten auf die Ränder, das werdet ihr gleich sehen. Ja und jetzt mache ich einfach mir jetzt ein bisschen Deko-Material habe ich mir, was ich so herum so liegen hatte, alles meine Wohnung. Und ich brauche, da habe ich mir jetzt nur ein bisschen Glitzer und kleine Tannenbäume geholt. Das Glitzer habe ich jetzt gelassen, weil damit wollte ich meine ganze Bude nicht voll sauen. Das hätte mich so ein bisschen aufgeregt. Und festzieht das. Jetzt habe ich noch hier ein paar Sternchen gefunden, die habe ich dann noch ein bisschen mit festgemacht. Ja, dann habe ich das jetzt noch alles von innen schön beklebt und schön mir ausgeschnitten. War nicht so einfach, wie ich bedachte, aber sah schön aus. Ja, dieses kleine Video ist zusammen mit Typ Hamburg entstanden, wo wir einen kleinen Adventskalender gemacht haben, wo man in jedem Video was Kleines gewinnt kann. Und am Ende des Adventskalenders, wenn alle vorbei sind, kann man auch was gewinnen. Also unbedingt die ganzen anderen Leuten folgen, um vielleicht noch was anderes zu gewinnen. Und außerdem verlose ich heute von meinem Kanal aus einen 15€ Saturn-Gutschein. Alle Infos dazu auch in der Videobeschreibung. Teilnahmeschluss für den Saturn-Gutschein ist der 24.12. um 23.59 Uhr. Und dazu müsst ihr einfach nur einen Kommentar unten in den Video reinschreiben, was euch an Weihnachten so Spaß macht und was euch an Weihnachten mehr Freude gibt. Einfach einfach zum Thema Weihnachten rein. Ich werde es dann alle in den Topf schmeißen und dann auslosen, wer den gewinnt. Und ich hoffe, euch gefällt dieses Video bis jetzt hin und checkt unbedingt die Tube Hamburg ab und findet die Zeit, die für die Tube Hamburg Adventskalender Verlosung gesucht wird. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen, wo ich dieses Ding hier gebastelt habe. Mega schön geworden, gefällt mir auch sehr, aber es geht ja rein weg. Und hier, neben mir, hier findet ihr die Tube Hamburg Adventskalender Playlist, wo ihr alle Videos seht, die mitmachen, die außerdem sind alle Leute, die mitmachen, auch nochmal in der Videobeschreibung. Und alle Infos und Teilnehmerbegegnungen sind auch in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann, bis zum nächsten Video. Bye, bye! Bye!